Hey Kampfsportfreunde, was geht ab? Dieses Wochenende gibt es einen der Schwergewichtskracher des Jahres. Den Boxkampf zwischen UFC-Schwergewichtschampion Francis Ngannou und Boxschwergewichtschampion Tyson Fury. Und das ist meine Analyse. Tja, die Geister streiten sich ja über diesen Fight. Beide Boxpuristen rümpfen etwas die Nase, sagen Mensch Tyson Fury, der hätte eigentlich mehr als genug zu tun, genug andere Baustellen in seinem Sport, bevor er sich mit MMA-Kämpfern misst. Und auf der anderen Seite gibt es, naja ich nenne es vielleicht mal die Casuals, die natürlich fasziniert sind von einem solchen Kampf. Zwei der besten Schwergewichte der Welt, wahrscheinlich die aktuell beiden besten Schwergewichte der Welt, die unter Boxregeln aufeinandertreffen. Wir haben auf der einen Seite Francis Ngannou, den, wenn wir ehrlich sind, immer noch amtierenden UFC-Schwergewichtschampion, auch wenn ihm der Titel natürlich aberkannt wurde, nachdem er aus der UFC ausgeschieden ist. Inzwischen ist der Titelträger ja Jon Jones. Und auf der anderen Seite Tyson Fury, der mindestens mal einer der Top-3-Schwergewichtler im Boxen ist, wenn nicht das beste Schwergewicht aktuell. Ob er das beste Schwergewicht im Boxen ist, das erfahren wir wahrscheinlich Ende dieses Jahres, Anfang nächsten Jahres, wenn es zum Kampf gegen Alexander Ussi kommt, den anderen Titelträger im Boxsport. Jetzt hat er aber erstmal mit Francis Ngannou eine ziemlich knackige Aufgabe vor der Brust. Und klar geht er natürlich als haushoher Favorit in diesen Kampf. Logisch wird Francis Ngannou dort der absolute Außenseiter sein. Trotzdem gibt es aus meiner Sicht keinen Grund, sich so im Vorfeld über diesen Fight aufzuregen. Denn solche Action-Fights, solche Zirkus-Fights, die gab es doch schon immer im Boxen. Ich meine, denkt nun mal zurück, 1976, Muhammad Ali gegen Antonio Inoki. Inoki war nicht mal ein echter Kampfsportler, sondern nur ein Wrestler. Auch wenn man natürlich dazu sagen muss, dass Wrestling in Japan schon immer mehr Kampfsportler als Show war. Und das hat die Leute absolut fasziniert. Denkt zurück an McGregor gegen Mayweather. Der Kampf hat alle Rekorde gebrochen, auch wenn im Vorfeld natürlich klar war, dass Mayweather der klar bessere Boxer ist. Und ein ähnliches Prinzip haben wir jetzt hier auch. Wir haben einfach zwei der Besten in ihrer jeweiligen Disziplin, die aufeinandertreffen. Und eins dürft ihr nicht vergessen, es ist Schwergewicht und es kann immer alles passieren. Aber gucken wir uns doch mal die Fakten an. Was spricht für einen Sieg für Fury? Was spricht für einen Sieg für Ngannou? Klar, Fury ist der erfahrenere Boxer. Der Mann boxst, seit er zehn Jahre alt ist. In diesem Alter mit zehn hat Francis Ngannou noch in der Sandmine gearbeitet daheim in Kamerun. Er hat erst mit 22 Jahren angefangen zu boxen. Und wenn man sich das Trainings-Footage mal aus all den Jahren anschaut von Francis Ngannou, dann war er zwar immer ein absoluter Knockout-Artist, aber er war nie ein technisch extrem versierter Boxer. Hinzu kommt, dass Ngannou schon 37 Jahre alt ist. Also selbst für ein Schwergewicht schon ein relativ hohes Alter. Tyson Fury ist mit 32 eigentlich in seiner physischen Prime, wenn man es so will. Fury ist außerdem 12 Zentimeter größer, hat 5 Zentimeter mehr Reichweite. Nur was das Gewicht, was die Muskulatur angeht, da hat Ngannou die Nase vorne. Er ist ein absolutes Powerhouse und als kleinerer Mann schwerer als Tyson Fury. Niemand weiß aber genau, wie gut oder schlecht das Boxen von Francis Ngannou aktuell ist. Man bezieht sich immer auf das, was man aus der Vergangenheit kennt. Wie gesagt, Trainings-Footage-Kämpfe. Er hat Leute K.O. geschlagen, aber war nie einer, der viel tänzelt, gute Beinarbeit hat, wie beispielsweise ein Cyril Gann. Was den aber auch nicht gerettet hat im letzten UFC-Kampf von Francis Ngannou, als er den Schwergewichtstitel dann nochmal verteidigt hat. Außerdem hat Ngannou schon mehrfach überrascht mit den Fortschritten, die er gemacht hat. Erinnern wir uns beispielsweise an den Rückkampf gegen Stipe Miocic vor gut zwei Jahren. Bis dato war Ngannou nie als guter Ringer bekannt. Aber er hat es plötzlich geschafft, nach einer etwas längeren Auszeit, sehr, sehr stark zurückzukommen mit gutem Ringen und hat Miocic ringerisch geschwächt, bevor er ihn am Ende per K.O. gestoppt hat. Jetzt trainiert er schon seit Monaten hin auf diesen Kampf gegen Tyson Fury, der ja schon lange im Gespräch ist, im Prinzip kurz nach dem Wettgang oder schon während des Wettgangs aus der UFC im Gespräch war. Das heißt, er hat sehr, sehr viel Zeit gehabt, sich vorzubereiten. Er trainiert mit dem ehemaligen Boxweltmeister der absoluten Legende Mike Tyson, mit dem er auch sehr, sehr gut befreundet ist. Das heißt, Tyson wird ihm sicherlich das eine oder andere gezeigt haben und der lobt den in den höchsten Tönen. Ich meine, klar, was soll er auch anderes sagen? Aber worauf ich hinaus will, ist, dass Mike Tyson ein absolut hervorragender Boxer selbst war, mit Castamato vom Besten gelernt hat, mit Teddy Atlas vom Besten gelernt hat und er ist selbst ein Mastermind, was Boxen angeht. Mike Tyson kann jeden Kampf, jedes Ergebnis runterbeten, kennt jeden Stil, ist ein wirklich sehr, sehr analytischer Geist, was den Boxspurt angeht. Ich glaube, er hat einen reichhaltigen Erfahrungsschatz, den er an Francis Ngannou weitergeben kann, der, und da sind wir uns, glaube ich, alle einig, ein physisches Megatalent ist. Also, ich bin der festen Überzeugung, dass es völlig egal ist, für welche Sportart sich Francis Ngannou damals entschieden hätte, wenn es nicht Boxen gewesen wäre, denn er wollte immer Boxer werden, gar nicht MMA-Kämpfer, sondern vielleicht Leichtathletik oder Basketball oder irgendetwas anderes. Er wäre auch dort erfolgreich gewesen. Es gibt einfach Menschen, die haben diese angeborene Athletik und ich glaube, dass er neues Wissen aufsaugt wie ein Schwamm. Wir haben es, wie gesagt, im Kampf gegen Miocic gesehen und er hat lange Zeit gehabt, sich vorzubereiten. Schauen wir auf die andere Seite. Schauen wir zu Tyson Fury. Machen wir uns nichts vor, der Mann ist, wenn er in Topform auftritt, aus meiner Sicht unschlagbar. Er hat die Größe, er hat die Power, er hat die Technik, er hat die Beine dabei, er hat das Mindset. Er wird auch Ussig schlagen, wenn er in Pestform auftritt. Aber tut er das? Der Kampf gegen Ussig steht ja bereits. Es wird gemunkelt, dass er entweder im Dezember diesen Jahres stattfindet, vielleicht im Januar nächsten Jahres, auf jeden Fall aber noch vor. Ramadan nächsten Jahres, der am 10. März beginnt. Das Ganze wird ja ebenfalls in Saudi-Arabien stattfinden. Das heißt, er hat den vielleicht wichtigsten Kampf seiner Karriere, was das Boxen angeht, schon im Hinterkopf. Wie stark kann man sich da also vorbereiten auf einen Gegner wie Francis Ngannou, den er vielleicht so ein bisschen als kleine Sparringseinheit ansieht, als nochmal ein bisschen Ringluft schnuppern, bevor dann der große Kampf ansteht. Also, ich könnte mir gut vorstellen, dass Fury das Ganze vielleicht ein bisschen zu sehr auf die leichte Schulter nimmt. Denn es gibt viele Experten, die sagen, der braucht nur drei Runden für den, der braucht nur sechs Runden für den. Und irgendwann glaubst du das natürlich selbst. Beziehungsweise ist Tyson Fury ja einer, der sowas ohnehin wahrscheinlich schon selbst geglaubt hat. Das heißt, ich könnte mir gut vorstellen, dass er Ngannou hier auf die leichte Schulter nimmt. Und was passiert, wenn er Gegner auf die leichte Schulter nimmt? Das haben wir beispielsweise gegen Otto Wallin gesehen, gegen den er einen Mega-Cut kassiert hat und was seine Leistung anging, schon ein bisschen auch enttäuscht hat, wenn wir ehrlich sind. Er hat den Kampf damals zwar gewonnen, aber es war einfach nicht der Tyson Fury, der Wladimir Klitschko weggemacht hat, der Deontay Wilder weggemacht hat und so weiter. Und wo wir von Deontay Wilder sprechen, Francis Ngannou ist natürlich technisch nicht auf dem Niveau eines Tyson Fury, aber er ist athletisch, er ist explosiv, er ist schnell und er hat die Power, einen Kampf zu jeder Sekunde zu beenden. Genau wie Deontay Wilder. Und wenn wir uns an den Rückkampf zwischen Fury und Wilder erinnern, hat Wilder Fury zweimal auf die Bretter geschickt. Und zwar einmal so dermaßen auf die Bretter geschickt, dass ich beim Zuschauen dachte, alles klar, das war's. Bis Fury dann den Undertaker gemacht hat und weitergekämpft hat wie so ein Zombie. Also, ich will nicht so tun, als wäre es absolut unmöglich, dass Francis Ngannou hier eine krachende Rechte landet und Fury auf die Bretter schickt. Ngannou selbst, noch nie K.O. gegangen in seiner Karriere, dafür zwölf Siege selber durch K.O. geholt. Das heißt, aus meiner Sicht ist das Ganze viel, viel offener, als viele glauben. Geht Tyson Fury als Favorit in diesem Kampf? Natürlich tut er das. Glaube ich, dass Fury diesen Kampf gewinnen wird? Tue ich. Ich glaube sogar, dass er ihn vorzeitig gewinnen wird, unterhalb von sechs Runden. Das ist meine persönliche Einschätzung. Und das muss auch der Anspruch sein eines Boxweltmeisters wie Tyson Fury, der in ein paar Monaten mit Alexander Ussik ein wirklich hungriges Biest vor die Flinte kriegt. Aber es ist keineswegs so, dass Francis Ngannou völlig chancenlos da reingeht. Er ist der Underdog, er ist der Außenseiter. Es wird keine einfache Aufgabe für ihn, aber kann er es packen? Gibt es ein Szenario, in dem das möglich ist? Ja, gibt es. Und Leute, seien wir ehrlich, wenn wir uns den Trailer angucken zu diesem Kampf. Absolut geil gemachtes Ding. Und allein die Vorstellung, bestes MMA-Schwergewicht, bestes Boxschwergewicht, das ist ein Kampf. Der muss passieren und der wird passieren. Diesen Samstag um 18.50 Uhr geht es los bei den Kollegen von The Zone. Der Kollege Andreas Kranjotakis wird das Ganze kommentieren, zusammen mit Uli Hebel. Und ihr könnt euch das Ganze anschauen im Pay-Per-View. Wenn ihr das tun wollt, holt euch den Pay-Per-View mit dem Link hier unten in der Videobeschreibung. Dann gibt es auch noch ein paar Euro für uns. Und ihr unterstützt diesen Kanal ein wenig über den Affiliate-Link. Ich werde mir das Ganze auf jeden Fall angucken. Es wird auf jeden Fall auf diesem Kanal eine Reaction dazu geben. Und ich bin richtig heiß auf diesen Fight. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet, wie ihr vorne seht, was ihr glaubt, wie das Ganze ausgeht. Das war es erstmal von mir. In diesem Sinne, bleibt gesund und haut rein. München. Get ready. Deutschlands größte Kampfsportserie NFC kommt zum ersten Mal in die bayerische Landeshauptstadt. Am 11. November bringen wir den Olympiapark zum Beben. Freut euch auf actiongeladene Fights und die besten MMA-Kämpfer, die Deutschland zu bieten hat. NFC 16. Am 11. November in der kleinen Olympiahalle in München. Tickets gibt's auf fighting.de slash tickets oder münzenticket.de. NFC 16 und Inferno FC. Das müsst ihr sehen.